Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Paint With Me. Und zwar nehme ich euch jetzt wieder bei dem Drachen mit. Ich bin schon, naja, nicht ganz so weit gekommen. Ich habe die letzten Tage überhaupt nicht gepaintet. Ich dachte mir, das hebe ich mir für unsere Paint With Me Videos auf. Dass wir den Drachen gemeinsam machen und so. Ich habe heute vorbereitet mein Schiffchen. Damit es nicht immer verrutscht. Immer auf der Matte ablegen. Dann habe ich vorbereitet meine Ablage. Die habe ich übrigens selber gemacht. Ihr kennt die ja inzwischen, ne? Also brauche ich nichts zu sagen. Mein Makaron mit dem Wachs. Zwei Farben, die wir jetzt heute zusammen painten werden. Und mein Stift. Ja, natürlich mit dem Vierersetzer und dem Einer Setzer. Dann legen wir mal los. Ich habe hier meinen grünen Koffer wieder da. Die Farben habe ich ja schon rausgenommen. Also kann ich den Koffer beiseite packen. Dann schalten wir jetzt das Licht vom Lichtbett an. Und fangen an zu quatschen, ne? So. Was hier wird neuet? Ich muss erstmal gucken, welchen Buchstaben ich zuerst nehme. Moment. Wir nehmen am besten erstmal das B. Das ist die Neuen. Bei mir gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues. Ich muss sagen, bei mir ist es sehr ruhig momentan. Was ich auch gut finde. Von daher gibt es eigentlich gar nicht so viel zu berichten. Außer, dass ich jetzt wieder mit Twitch anfangen möchte. Ich habe jetzt über einen Monat nicht gestreamt. Das heißt, ich bin schwer auf Entzug. Ich bin am überlegen, ob ich heute streame. Weil heute die Wheelie Geburtstag hat. Meine liebe Wheelie. Mein Mod. Eine Freundin. Und gleichzeitig, ja, weiß ich nicht. Seelenverwandte. Kann man so sagen. Also, wenn ich heute streame, dann für ihren Geburtstag. Und dann wahrscheinlich auch zocken. Ich weiß noch nicht. Also, ich bin da echt noch nicht so sicher, ob ich heute streame und wann ich heute streame. Eigentlich wollte ich um 6 Uhr drauf. Jetzt ist es schon 6 Uhr. Ich wollte mein Paint-Wiz mir auch schon lange abgedreht haben. Die Dateien davor sind für den Eimer, weil ich da total einen Schnupf hatte. Die konnte ich wegpfeffern. Also, da sich ja letztes Mal beschwert worden ist, als ich Schnupfen hatte. Ich kann es ja auch verstehen. Das dauernde Schnufen nervt ja auch. Aber ist ja egal. Ja, was ich sagen wollte. Wir haben in den nächsten Wochen so einiges zusammen vor. Ich werde auch wieder, wie heißt es, Formate machen, in dem ich zu sehen bin. In dem ich mit euch quatsche. Und Paint-Wiz-Mes werden mehr kommen. Wir werden auch abwechseln. Also nicht immer nur dasselbe Bild painten. Sondern ich werde auch andere Bilder mit euch painten bei den Paint-Wiz-Mes. Ich habe hier drei offene Bilder. Also drei Whips. Wie man das schon schön nennt. Und die machen wir dann zusammen. In den nächsten Wochen. Ach ja. Stein sollte man schon auf dem Stift haben, ne? Habt ihr das auch, dass ihr manchmal unsichtbare Steine paintet? Ich habe das momentan sehr oft, ja. Dass das Wachs nicht so toll hält. Und ich denke, es ist ein Stein drauf und es ist keiner drauf. Ein bisschen merkwürdig, aber ist so, ne? So, was gibt es sonst Neues? Also, ich wollte demnächst wieder ein paar kleine Kanäle empfehlen. Nächste Woche werden wir das machen. So ein kleines Special. In dem ich mit euch quatsche und Kanäle mal zeige. Die ganz frisch auf dem YouTube-Markt sind. Dass kleine Kanäle auch mal so ein bisschen zu sehen sind, ne? Dann hatte ich bei einer Zuschauerin was bestellt, die jetzt auch mit Rieseln gießt. Asuka Dragon heißt sie auf Instagram. Also, wenn ihr da mal gucken möchtet, tut es gerne. Ja? Sie gießt Stifte, Schiffchen. Sie gießt Coverminder. Und, und, und. Schaut mal da vorbei. Ich würde mich freuen. Ich habe da auf jeden Fall zwei Stifte gekauft. Konfuzius und so. Was wollte ich bequatschen? Also, auf Twitch wird es demnächst einige Streams geben. Ich habe ein bisschen was geplant. Mal gucken, ob ich es umgesetzt bekomme. Wir schauen mal. Und auf YouTube wird es immer bei Diamond Painting und kreativen Dingen bleiben. Das werde ich nicht ändern. Da wird nur ein bisschen was dazukommen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, in meinem Unboxing, dass wir auch mal Filzen probieren. Und auch wieder Punch-Niedeln reinhauen. Weil ich das die Tage mal gerne machen würde. Da hätte ich Lust drauf. Und ich wollte euch mitnehmen. Auch mitnehmen möchte ich euch bei meinem Gießen. Ihr wisst ja, ich gieße Sachen. Ich stelle Sachen her. Und ich wollte euch demnächst mitnehmen. Bin mal gespannt, ob ihr da Lust drauf hättet. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Werden nur ein, zwei Videos sein. Alleine, um euch zu zeigen, wie entspannt es sein kann, so Sachen selber herzustellen. Das ist wirklich toll. Macht Spaß. Ansonsten ist eigentlich alles gut. Mir geht es gut. Mir geht es sehr, sehr gut. Ihr wisst ja, ich habe in der Vergangenheit viel mit Mobbing und Co. zu tun gehabt. Das läuft wohl immer noch. Ist mir aber relativ egal, was da so im Discord abläuft bei euch, meine lieben Mädels. Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Ich lebe mein Leben trotzdem weiter. Und ich denke, ich lebe es ganz gut so. Also ich lasse ja alle in Ruhe. Ich habe meine Ruhe. Die Polizei hat jetzt genug Beweise. Diejenigen, die ihre Hetzaktionen führen, die kriegen bald Post. Und ansonsten habe ich meine Ruhe. Also ich habe mich gewehrt. Und wenn ihr sowas erlebt, wenn ihr von irgendjemandem im Internet erniedrigt werdet, oder ihr merkt, irgendwo hetzen sie über euch, dann geht dagegen vor. Es ist strafbar. Ihr könnt dagegen vorgehen. Mit Polizei, mit Anwälten. Das wird dann teuer für diejenigen. Ich zum Beispiel habe in der Vergangenheit auch mit Menschen zu tun gehabt, die eigentlich nichts Gutes für mich wollten. Merkt man ja jetzt. Ich habe damit abgeschlossen, gut ist. Nur diejenigen haben wohl nicht mit mir abgeschlossen, denke ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, einerseits ist es ja auch ein Lob für mich. Ja, anscheinend sind manche Menschen sehr besessen davon, meine Postings zu verfolgen mit Fake-Accounts. So zu tun, als würde ich provozieren. Dabei mache ich nur normale Postings. Wenn ich mal Sprüche poste in Instagram oder sonst was, dann ist das allgemein gedacht. Dann ist das nicht auf eine spezielle Person oder zwei, drei spezielle Personen gedacht. Sondern wenn ich Sprüche poste, ist es allgemein gedacht. Wenn ich etwas über Mobbing poste, ist es auch allgemein gedacht. Weil im Moment das ganze Internet voller Hass ist. Es ist einfach so. Deswegen, ich habe schon einige Zuschauer gelesen, die auch Hass miterlebt haben. Ihr Lieben, wehrt euch. Ganz ehrlich, ihr müsst doch darunter nicht leiden. Und nein, ich meine jetzt keine speziellen Personen hier mit Mobbing oder so. Sondern allgemein das Internet. Es herrscht Hass. Nur weil ein Mensch mit sich selber nicht zufrieden ist, muss er auf andere Menschen draufgehen. Und das ist Fakt. Und das ist wirklich schon seit Jahren so. Ich glaube, seitdem Facebook existiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe ein Video gesehen von einer englischsprachigen YouTuberin, die auch Diamond Painting macht. Im Diamond Painting Bereich, im englischsprachigen, herrscht wohl auch sehr viel Mobbing. Und sie hat auch gesagt, macht euch stark gegen solche Sachen. Macht euch stark und nutzt eure Reichweite für Gutes. Und das werde ich jetzt tun. Und zwar, wenn ihr irgendwie von jemandem erniedrigt werdet, fertig gemacht werdet, verfolgt werdet oder, oder, oder. Wendet euch bitte entweder an die Polizei oder an eine Hilfestelle für Mobbing-Opfer. Ich werde hier unten in der Videobeschreibung mal diese Adresse verlinken. Aber bitte missbraucht das Ganze nicht. Das heißt, nur weil ihr mit jemandem Streit habt oder sonst was, dann da hinzuschreiben, er würde euch fertig machen, reicht da nicht. Ihr müsst Beweise dafür haben, dass derjenige richtig fiese Aktionen fährt. Ihr müsst Beweise haben, dass derjenige euch meint. Und, und, und. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mich schon dahin gewendet. Also, ich werde die Adressen, die euch vielleicht helfen könnten, da unten verlinken. Ja. Für mich hat sich zwar fast keiner stark gemacht, als ich gelitten habe die letzten Monate. Aber, ich denke mir, daraus, was ich erlebt habe, habe ich gelernt. Und wurde ich stärker. Und auch, wenn viele Zuschauer abgesprungen sind, weil sie dachten, das, was erzählt wird, stimmt, ist es zwar schade, aber mal ganz ehrlich, die Zuschauer standen dann auch nicht hinter mir und tschüss und so. Ja. Ist halt wie dies. Und ich finde, Mobbing sollte auch kein Tabuthieber mehr sein. Mobbing ist ein echt schlimmes Thema. Und, äh, ja. Also, wenn ihr Opfer seid, bitte meldet euch entweder bei mir, dann helfe ich euch weiter. Oder meldet euch direkt bei den Anschriften, die ich euch da gebe, den Seiten, die ich euch gebe. Und lasst euch helfen, dass ihr dagegen vorgehen könnt, dass ihr da nicht alleine seid. Damals, als ich in der Grundschule war und gemobbt worden bin wegen Brille, gab es solche Anlaufstellen nicht. Damals war das noch gar nicht so, äh, läufig, ne. In der Schule, klar, wurde man gerne mal gemobbt. Aber damals konnte man nicht dagegen vorgehen. Da gab es sowas nicht. Von der Polizei her. Heute wird einem geholfen, wenn man sowas hat. Und ich denke, das ist wichtig zu erwähnen. Auch wenn ihr langsam genervt wart von dem ganzen, äh, Drama und alles. Also, es tut mir auch furchtbar, furchtbar leid. Ja. Aber mir geht's inzwischen gut. Ich kann darüber reden. Und ich möchte auch anderen helfen, die dasselbe erlebt haben, quasi. Also, fast dasselbe. Ihr wisst ja, ich hab jetzt über einen Monat nicht bei Twitch gestreamt. Das hatte seine Gründe. Weil die Menschen da halt, äh, sehr toxisch sind. Ja. Das ist Fakt. Aber jetzt muss ich auch mal offen sagen, hört einfach auf. Ja. Stoppt diesen Mist. Es muss doch nicht sein, dass so viel Hass verstreut wird. Wenn ihr über irgendwas reden möchtet, könnt ihr auch mir schreiben. Eine E-Mail gerne. Dann hab ich die Tage die letzten Pakete rausgeschickt. Ich hab auch ein schönes Paket für meine Zuschauerin Ute zusammengestellt. Das dürfte spätestens heute eingetroffen sein, hoffe ich. Ja. Sie hat sehr lange auf ihr Paket gewartet. Deshalb hab ich ihr extra noch was mit reingepackt. Und, ähm, hoffe, dass sie sich sehr freuen wird. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Wenn es bis morgen nicht da ist, bitte melde dich bei mir. Dann prüfe ich das Ganze mal nach. Ihr könnt also neu bestellen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr eine schöne Ablage braucht. Kommen wir mal zum schönen Thema. Wenn ihr eine schöne Ablage braucht. Bei mir könnt ihr jetzt wieder bestellen. Ja. Ich habe auch von der ganz, ganz tollen Rosalie. Ich hab dich echt lieb, ne? Ich hab dich so lieb gewonnen. Dann habe ich aus meiner Amazon Wishlist, die ich eigentlich für meinen Geburtstag gepostet hatte, ähm, etwas zum Gießen bekommen. Das Pulver, was ich nutzen kann, zum Gießen, habe ich von ihr bekommen. Und da bin ich sehr, sehr, äh, erfreut gewesen, ja. Sehr überrascht, vor allen Dingen. Zwei Beutel, zwei Säcke. Unfassbar. Du bist echt der Hammer. Ja, deshalb, ihr könnt bei mir wieder bestellen. Ich hab jetzt auf jeden Fall genug zum Gießen hier. Ich hab die runden Ablagen, ich hab die ovalen Ablagen, die kleineren. Und ich hab die großen, rechteckigen. Das heißt, ihr habt die Qual der Wahl. Ihr könnt euch austoben. In Pastellfarben. Also ihr könnt euch die Farbe aussuchen. Entweder rosa, ähm, ein helles lila, Pastelllila, ne. Hellblau. Oder helles grün. Sagt mir einfach Bescheid. Schreibt mir. Und dann machen wir das Ding schon, ne. Also dann stelle ich euch die Ablage her. Ja. Und jeder, der bestellt hat, kriegt auch ein Goodie mit da rein. Normalerweise wäre es ja dieses Teelichtding gewesen. Leider ist die Form mir kaputt gegangen. Ich muss sie nochmal neu bestellen. Macht aber nix. Also das ist halt so wild. Die kostet jetzt nicht die Welt. Die werde ich die nächste Woche mal bestellen. Gucken wir mal. Ja. Ja, wie gesagt, am 2. Juni habe ich Geburtstag. Da werde ich einen richtig, richtig tollen Stream machen. Mit Geburtstagsparty. So wie letztes Jahr. Ich werde mich jetzt gleich hier bereit machen. Ich mache hier noch einen Buchstaben. Ich mache das K noch. Wo ist man denn das K? Das ist die 18. Okay. Auch ein Grün. Oh, wir sind heute schön bei Grün. Wir machen jetzt noch das K und dann beende ich das Video. Und dann werde ich mich mal bereit machen für den Stream für Wheelie. Meine liebe Wheelie, auf diesem Wege auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast den Tag schön verbracht. Du hast einen tollen Tag gehabt. Ich werde gleich gucken, dass mein Stream läuft. Ich hoffe, ja. Drück mir die Däumchen. I hope so. Und ansonsten, ja. War heute, ich weiß, das Thema Mobbing mag nicht jeder. Einige sind auch genervt von den ganzen Themen. Aber das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich das Thema Mobbing anspreche. Ich dachte mir einfach nur, es ist wichtig, euch mal Adressen zu geben, damit ihr Hilfe bekommt, wenn euch sowas passiert. Ja. Weil jeder Dritte im Internet hat schon sowas erlebt und die wenigsten unternehmen was dagegen, ja. Ich habe lange überlegt, ob ich mich wehre. Ich habe es jetzt getan. Das Bild wird auf jeden Fall toll werden. Die Steine liegen super. Also es lässt sich super legen. Das Bild ist ja von QDeals, wie ihr wisst. QDeals ist in Sachen personalisierte Bilder momentan einer meiner stärksten Favoriten, ja. Also absolut klasse. Ihr seht, die liegen toll. Nicht zu große Lücken. Keine ploppenden Steinchen. Nichts hat geploppt bis jetzt. Nichts. Nichts. Gar nichts. Toll. Einfach nur toll. Und wenn ihr Lust habt, mich auf Twitch zu sehen, ich habe meinen Namen geändert, ja. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich heiße jetzt nicht Yudanis Gaming Welt, ich heiße jetzt Anis Gaming Welt. Ich dachte mir, der kurze Name reicht, weil Yudanis Gaming Welt ist wirklich ein Riesenname gewesen. Ich werde auch nicht mehr jeden Stream die Mütze tragen. Ich werde auch mal ohne Mütze streamen. Also wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Zockerei, Animal Crossing, Mario Kart, Kirby's Adventure, ähm, was gibt es noch? Äh, Mario Party, Grow und demnächst auch Life is, nee, Life is Strange, doch, Life is Strange und, was wollte ich mir noch besorgen? Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall warte ich auch auf Harry Potter. Da warte ich auch drauf, auf das Spiel. Gut. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten mit diesem Bild und ich hoffe, ihr schaut bei Twitch mal vorbei. Ihr müsst ja nicht, ihr müsst ja jetzt nicht jedes Mal reingucken in die Streams, wenn ihr nicht möchtet, aber wenn ihr ein, zwei Mal vorbeischaut und Hallo sagt, dann freue ich mich schon und wenn ihr nur zwei, drei Minütchen bleibt und mal Hallo gesagt habt, ist das auch schon toll für mich, ne? Freue ich mich riesig drüber. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir hier ein Däumchen da lasst, egal ob oben oder unten, so wie es euch gefällt oder ein Abo, das kostet auch nichts. Zeigt mir einfach, dass euch die Sachen noch gefallen, dass ihr mich gerne guckt, denn nach drei Jahren ist es auch so eine Zeit, wo ich denke, Mensch, gucken die Leute mich überhaupt noch? Manchmal denke ich schon drüber nach, ja, ob ich überhaupt noch interessant bin, weil es gibt so viele tolle Kanäle, die neu dazugestoßen sind, die einen auch langsam einholen, was auch super toll ist. Ich finde es toll. Ich gucke die Kanäle selber, ja. Ich habe auch viele Kanäle, die ich seit Jahren gucke. Die liebe Rosalie zum Beispiel macht Make-up Tutorials, Unboxings, sie zeigt die Glossy Box, sie zeigt Diamond Paintings und die gucke ich sehr, sehr gerne. Ja, die mag ich sehr, sehr gerne. Ich werde sie auch mal hier unter dem Video verlinken, die freut sich bestimmt. Ja. Gut. Ich glaube, ich bin soweit durch. Ne, einen habe ich hier noch, den, 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 den mache ich hier noch. Ich packe jetzt die Farben weg, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr nehmt die Hilfe an, die ich euch biete. Wenn einer euch ärgert, euch nicht in Ruhe lässt, in Facebook oder Insta oder was weiß ich wo, dann wendet euch entweder an mich oder an die Adressen, ich leite euch dann weiter und dann wird das alles schon. Ihr seid nicht alleine. Ich packe jetzt mal weg, weil ich es kann. In Gott sprach, es werde Licht. Moment. So. Ist nicht ganz so hell hier in der Hütte. Aber nun gut. So. Ich packe jetzt meine Farbe hier wieder weg und wünsche euch noch einen tollen Abend. Wir haben jetzt 18.42 Uhr. Ich denke, in einer halben Stunde ist das Ganze hochgeladen. So um halb acht. Und so um acht oder neun wollte ich live gehen. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann bin ich morgen live. Bitte seid mir dann nicht böse, wenn es heute nicht funktioniert. Ich werde gleich mein OBS einstellen. Ich werde gleich hier die Konsole anschließen und so weiter. Und dann mal gucken. Also entweder heute ab acht oder neun Uhr live auf Twitch oder morgen früh und morgen Abend. lasst euch überraschen. Schaut vorbei, um zu gucken, ob ich live bin. Oder schaltet euch die Erinnerung ein auf Twitch. Also die Glocke da aktivieren. Ja. Ich habe euch lieb. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Lasst euch von jemandem ärgern. Und an die Leute, die im Hintergrund gegen mich so... Hört einfach auf damit. Es bringt nichts. Ja. Ich gehe meinen Weg. Ihr geht euren. Und damit hat sich die ganze Kiste erledigt. Ich habe euch lieb. Ich wünsche euch was. Und ja. Viel Spaß heute Abend noch. Wir haben Freitagabend. Ich hoffe, ihr erlebt ein tolles Wochenende. Ein ganz entspanntes. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.